hallo und herzlich willkommen zurück bei life is strange 2 episode 2 folge 2 ich sag das so gerne also ich glaube ich insgesamt 10 folge wenn ich mir recht entsinne sollte es sein mittlerweile von life is strange 2 ich glaube für die erste hat mal 8 folgen und dann müsste das ja so ähm wir können alles möglich machen ich habe bald ich kann nicht oh ok denn hier hat spaß das toll ein altes telefon ich frage mich vor allem es ist mitten im wald zwei kilometer von irgendwas weg hier ist ein haus wie hatte das wer wie es ist so ein bisschen das ist so ein bisschen das problem wenn immer wenn immer nennen wann immer nennen eine person stirbt denkt man sich ja eh immer ich hätte da noch mal mehr mit der person reden können ich hätte mehr für sie da sein sollen ich hätte da mal helfen sollen warum ich da nein gesagt es ist immer so es egal was man tut man macht wird sich immer vor wir machen dass man mehr tun hätte tun können oder mehr hätte machen können und was weiß ich nicht das ist so ein bisschen das riesen problem irgendwie das ist naja so habe ich aber sag hallo zu deinem klein mädchen in miami ja hier scheint die sonne und es brennt ich liebe es tom kennt jeden und ich war die ganze zeit auf scarface zu sehen okay wir bleiben in der wahnsinnswohnung seines freundes mit sicht auf den stranden bei kommen ich komme mir so verwöhnt vor doch ich weiß dass john in einem schloss in den alpen ist also habe ich kein schlechtes gewissen außerdem gefällt es mir hier sehr ich toll das neue jahrtausend auf diese weise zu beginnen ich vermisse die urlaube in unserer geheimen hütte aber nicht die waschbären in im zimmer hoffentlich kannst du uns bald untersuchen liebe euch alle maggie okay familienfoto so okay dad maggie und john okay die frage ist halt wirklich was ist hier passiert ist vielleicht der vater gestorben ist da irgendwas sonst ich liebe es wenn ich Daniel kreie in der Nacht ich kann nichts machen es ist ein bisschen wunderschön, dass man jeden Tag andere Dinge benutzt, aber es ist nicht so, dass wir eine Wahl haben auch schön, dass es dann die best dad ever Tasse sein muss was? was? ah plus 5 street cred mhm 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 Nö, schön warm, kann man verstehen. Trüffel! Beibringen. Okay, machen wir das gleich. Hot Dog Man. Hot Dog Man. Mein Master ist fantastisch. Mit Gratis-Poster. Mhm, mein Sam wird fantastisch. Mhm, am 3. September. Wann kam es raus? Am 3. September? Aber es steht kein Ja. Daniel hätte ohne diese. Die Hochschule fühlt sich so weit weg. Das Ding ist so stark wie ein Ruck. Nicht mehr in den Sinne. So, Caputo-Rahmen. Ja. Nicht mehr in der Tour-Trainings-Sessionen. Ja, diese Tür. Huch. Diese Runde ist so kalt, so. Wir legen alles, was wir nicht brauchten, und... ...kriegen sie zu Hause. Okay. Es tut mir leid, dass hier so viel zum Angucken ist, aber ich möchte gerne alles angucken. So, Medizin haben sie auch. Ach so. Mh... Mh... Pro-Tip. Always boile die Wasser. Unless you want Daniel spray nasty things on both ends. Mh... 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 Es ist nicht so schlecht. Also ist das... Also... Klo ist Nope. Eimer ist Klo. Klo ist Eimer. No more peeing at night for Daniel. I got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. Okay. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Pfff. Bitter. At least we have fresh water in our front yard. Okay. Wir können ja mal hier nochmal. Hey. I put some clean water in the bathroom, so you can wash it a little. So. Okay. Das haben wir auch gemacht. It feels weird to loot other people's clothes, but... We need the warmth. Ihr solltet mal Geschirr spülen. So. Ähm... Wir gucken nochmal hier, wo noch eine Tür. We've never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. Aha. Ich hab die Tür nie benutzt. Ich war direkt bei der Seitentür. Ich bin schlau. Oder einfach nur doof. Ich kann nicht glauben, wie viel Daniels Macht haben wir über die letzten Wochen gewonnen. Ein Poster. Ich hab einen Lieblings-Wanderer. Okay. Seams-Zeug. Ach du meine Güte. Ja. Daniel braucht es nicht, um es zu sehen. Sehr geehrter Patrick Hill, dies ist eine Erinnerung an ihren geplanten Chemotherapie... Äh... 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 Ähm... Okay... Oh. Also ich hätte es noch mal vorlesen können, ne? Äh... Sehr gerne, Patrick Hill. Das ist eine Erinnerung an den geplanten Chemotherapie. Termin im Hope-Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie die beigefügte Anweisung als Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie uns bitte... Äh... Rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555-HOPE. Man kann Buchstaben eingeben. Äh... Von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Freundlichen Grüßen, Dr. Fischer. Okay. Das ist... Das, das, das können wir gleich noch mitnehmen. Das brauchen wir. So, Zeitung. Oh ja. Er hat definitiv gebraucht für uns. Was ein Stück von Scheiße. Konfrontiert Flüchtlinge. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall. Raubüberfall? Wir haben nichts mitgenommen. Wir haben nichts mitgenommen. Ich hab extra gesagt, wir lassen alles da. Okay. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der von zwei... Äh... Die... Äh... Der durch zwei Ausreißer von Seattle durchgeführt wurde. Die für den Tod eines, äh... Polizeioffices im Oktober verantwortlich sein sollten. Hank Stomper, Besitzer einer Tankstelle Highway 5. Und eine Stütze der Gemeinschaft, mhm, sagte, er konfrontierte die Brüder Sean und Daniel Diaz, nachdem er sie in seinem Laden erkannte. Stomper sagt der Polizei, dass die Brüder in den Wald, äh, in die Wälder entkamen. Sie wirkten verloren. Ich wollte ihnen nur helfen. Als ein Vater und Bürger. Klar. Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in der Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachmeister Philip Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall in Seattle starb, welcher zwei Tote hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die sie erhielt und auf Kritik, die er online am Beamten gibt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur sechs Monate lang Polizist war und an diesem Tag nicht hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei der Diaz-Family und allen Opfern dieses furchtbaren Unfalls. Ähm, auch uns? Warte, was? Mein Herz ist bei der Diaz-Family und allen Opfern dieser furchtbaren und dieser, achso, auch uns. Okay. Aber ich finde es interessant, dass sie sagen, äh, sie sind trotzdem auch, äh, dass sie trotzdem auch bei der Diaz-Family sind. Bei praktisch den, bei der eigentlich nicht nur, sie sagen ja hier, unser Polizist ist tot, das ist hier, äh, Arschlöcher, doof gesagt, sondern sie sagen, ja, wir sind auch bei deren Familie, weil die haben ja auch jemanden verloren. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter allein auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Philipp widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern, einen gefährlichen Helm, äh, Heim, Helm, Heimen, und stellte seine Ziele stets für, äh, für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, in einem Tassatut zu sitzen, zu urteilen und ihn anzugreifen. Doch genauso wie wir, äh, um andere trauern, trauen wir mit dabei des öffentlichen Dienstes. Das ist eben die Sache, er war alleine unter... Kurzer Cut. Hat das Telefon geklingelt. So, das sind wir wieder. Ähm, wo war er stehen geblieben? Ähm, ähm, äh, b-b-b-b-b-bungen. Moment. Achso, äh, genau. Der war alleine unterwegs, was schon bescheuert ist. Und dann ist halt dieses Problem, aber das Problem existiert jetzt doof gesagt, hauptsächlich in Amerika. Also, es ist Amerika in den, äh, Vereinigten Staaten. ich nehme an, auch in anderen Teilen von Amerika oder der Welt, aber ich meine jetzt nur mal als Beispiel, weil das jetzt ist Amerika und ich vergleiche es jetzt einfach mit Deutschland. In Deutschland hast du nicht die Angst, also hast, gehst, kannst anders. Äh, in Deutschland musst du nicht davon ausgehen, dass jeder theoretisch eine Waffe hat. Es kann, theoretisch, können die Leute eine Waffe haben, ja. Aber sie dürften sie nicht offen oder sowas rumtragen. Ähm, und die, eigentlich muss er auch im Schrank bleiben und wir haben sehr strikte Sachen. Natürlich kann es immer passieren, aber äh, in Amerika ist es auch nicht immer so, aber sie sind schon wesentlich bereiter eine Waffe zu benutzen. Um das mal so auszusprechen. So, gut, egal. Lassen wir das erstmal. Äh, warte, warte, noch was? Nein, okay. Ein Brief. Das interessiert mich auch. Oh, ja. Kein Internet. Äh, stimmt, das war es, ja. Melde dich, wenn ihr sicher seid. A tribe called West. Ich bin immer online, solange ich nicht fahre, ja. Ja, ja, wir müssen dem unbedingt, wenn wir mal Internet haben, müssen wir dem unbedingt schreiben. Das darf man nicht vergessen. Brody schreiben. Ich bin so angst, also das wird anders sein. Bündstifte. Ich habe Zeit, um zu gehen, um eine Woche zu gehen. Aber zumindest haben wir ein paar Nachrichten. Äh, hallo, ich will, achso. Hab gerade nicht gesehen, dass ich zurückgehen kann. Kein, mich erinnert mich an die schweißen Poster. Okay, es ist knapp, 22. Okay, weiter nach hier kann ich nicht. Ein schöner Poster, Daniel. Wie hat das Minecraft bezahlt? Ja. Minecraft und ihr könnt tolle, äh, tolle Sachen bauen. So. Okay. Ich würde sagen, wir bringen Trüffel nochmal kurz was bei. Und dann machen wir eine Schüssel. Auffüllen. Wir machen mal ein bisschen Wasser. Für Trüffel. Bitte, Trüffel. Ja, Trüffel. Gute Frau. Oh, also jetzt lasst du mich dich beibringen, hm? Geh und Geh. Ich verstehe. Wir sind so glücklich, dass das Ding noch funktioniert. Okay, das Einzige, was bei ein, 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 wieso soll der Holzofen nicht funktionieren? Dann müsste das Rohr kaputt sein, ne? Also, wir können froh sein, dass es nicht kaputt ist, das Rohr oder so, aber funktionieren tut ein Holzofen immer, weil man einfach nur Holz reinlegt und es anzündet. Das Einzige ist der Rauch. Gut, Entschuldigung. Da ist keine Technik oder sowas drinnen, was kaputt gehen kann. Es kann maximal das Zeug an sich kaputt gehen. Egal, gut, lass mal das. Ich will nicht hier, äh, besserwisserisch oder so sein. Das ist der Rauch. Hold on Mushroom, we're gonna build a fight. So, na zubo. Dang, I'm starving. I guess it's time to start cooking. Too bad I can't make a pizza fly to us. I could start eating with a living service. This hot dog man issue is... I'm the weird. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm really lucked out stumbling into this house. Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. Really? That's so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. Wonder if there's anyone else like me. Hmm... I think we know it by now. No way I'm touching that. I could do a super cool manga about Daniel. Hmm... Wär ne Idee. Könnte man machen. Was? Was? Ich miss mich, die Musik so viel zu hören. Okay, also die Zeitung ist älter als wir, hat er grade festgestellt, der Kleine. Daniel liebt dieses brandneue Tablet. Okay. Gut. Haben wir das auch mal angeguckt. Die Puppe ist gruselig. Die Puppe ist sehr gruselig. So, warte mal. Äh, da, 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 da. Also... So, es waren Zigaretten. Achso, es haben wir schon eingeguckt. Vielen. Hmm. Tauere Wahl. Konserven-Dose. 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 Wir nehmen diese Konserven-Dose. Wir nehmen diese Konserven-Dose. Weil die so abseits steht. Die muss sicher weg. Die ist sicher ne alte. So. Äh, essen. Ansehen. Äh, ich bin so schlug von den gleichen Sachen zu essen. Ich will nur noch einen Schloss von Peets. Äh, und nun. Ich weiß nicht, ob ich über Papa reden will. Ähm. Da, 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 da. Probier, äh, komm, wir machen mal. Er sieht so sehr ernst auf dem Bild. Ich kann noch nicht glauben, dass er wieder ist. Ich erinnere ihn so viel, dass es tut, Sean. Ich weiß, Daniel. Es ist okay, über ihn zu denken. Ich mache es auch. Okay. Und Sean. Ähm, war gar nicht so schlecht, dass wir es gemacht haben. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Äh. Diese waren alles, was ich gefunden habe, als ich in der Stadt letzte Woche. Wie kann ich jetzt Essen machen? Hä? Warte. Äh. Tasse? Nee. Muss ich vielleicht noch... Ah, Topf! Ah! Ein Topf! Das sieht da unten drinnen aber anders aus. So, äh, Pfanne. Gut. Äh. Wasser brauchen wir nicht, das ist, geht wahrscheinlich alles. Was? Das hast du schon mal gesagt. 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 Okay. Gut. Essen. So, eine Dose. Wir haben noch vier Dosen. Also, so viele Dosen. Also, so viele Dosen haben wir nicht mal mehr. Nein. Ähm. 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 Wir haben es geschafft, dass zwei Events zur gleichen Zeit spielen. Ähm. Okay. Wir haben jetzt noch einen Moment Zeit. Äh. Ich komm nicht vorbei. Geh weg. Ich will so trüffeln, danke. Kann ich jetzt mal... Ja, beibringen. Uh. Sch Ich denke, ich bin bereit, um es zu drehen. Gut. Lalalalalala. Okay, nochmal gucken. Das sind Details. Okay. Lalalalalala. Okay. Gut. Nochmal gucken. Ja, ziemlich gut. Aber ich kann mehr Details, wenn ich will. Okay. Ich will auch. Oh, das wird voll toll. Nochmal gucken. Ich finde das so toll, dass ich diese Idee mit dem Zeichnen finde ich echt voll schön gemacht. Das ist wieder eine kreative Möglichkeit. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Okay. Ist das Essen fertig? Ja. Oh. Oh. Dinner's ready. Getting sick of ravioli. Oh. Oh. Das war Spaghetti Alatia. Haha. Nichts hast du den übrigen truffel? Ja. Plus, ich liebe die Darlik. Und die Ice-Cream. Yum. Oh. Du willst auch ein bisschen? Huh, Mushroom? Oh. Bon Appetit, Mushroom. Man. She loves this stuff. uss直 in iste one. bayern Entschuldigung. Ich ziti. Ich denke Musicen. Ich muss euch machen... Was war creier. Ich muss ihm die Karte zeigen. Ich glaube, ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Hier ist nichts nichts. Daniel, was hast du mit der Karte gemacht? Was meinst du? Du weißt, was ich meinst. Wo ist die Karte, die mit meinen Sachen war? Oh, diese Karte. Sie ist in meinem Karten. Sorry, Sean. Wie da oben noch das Licht geflaggert hat. Hi, Mushroom! Okay, komm, doggy. Let's go, girl. Hey, Mann. Kannst du deinen Karten nennen? Ich existier nicht. Mushroom, komm her, girl. Was für ein tolles Team. Hier ist es. Für die Scheiße. Zeit, um zu spielen, Doc. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal weiter, was passiert. Dann machen wir mal den Vater-Talk mit Daniel. Und dann erzählen wir dem mal. Ja, wahrscheinlich auch, wie es weitergeht. Und wo er aufpassen muss. Und was weiß ich nicht. Ich habe jetzt nichts übrigens gesagt gehabt, als er diesen Teller hochgehoben hat. Weil ich mir gesagt habe, sag's einfach mal nichts. Lass ihn einfach mal machen. Er hat gerade Spaß. Es lenkt ihn erstmal ein bisschen ab. Na. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, ich bin euch fürs Zuschauen. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao.